Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 7.10.2024. Und unser DAX hat sich oben wieder gezeigt, hat zum Freitag seine Chance genutzt und das Ding nochmal rumgerissen. Wir hatten hier gestern, beziehungsweise gestern ist jetzt verkehrt, ja, am Donnerstag haben wir für die Analyse zum Freitag besprochen, dass mir das noch nicht richtig aussieht, wie als fehlt er noch im Tief, wie als würde er nochmal nach unten rein starten und vielleicht auch das Gap zumachen, da bei 9.15, beziehungsweise nicht vielleicht, ich habe gesagt, dass mir das eigentlich auch fehlt, die 9.15 da noch zumachen und dann sollte eben wichtig sein, ob er sich dann wieder hochgedreht kriegt, ob er so ein frühes Tief nach unten reinsetzt, sich hochgedreht kriegt und dann über eine 19.100 wieder ansteigt, hatte ich dann gesagt, das wäre für mich eher so ein Grund, wo ich dann auch Schwarz zurückfahren würde, abbrechen würde, um eher auf die Longschiene zu setzen, weil das Risiko nach oben dann steigt, zu dem Thema, was wir die ganzen Tage immer wieder besprochen haben, dass das ja an sich noch ein intakter Aufwärtstrend ist und wenn er sich jetzt hier in dem Niveau um 19.20 dreht, nach oben, ja locker wieder die Chance hat, bis an die Hochs und auch darüber zu kommen, weitere Allzeithochs nachzuliefern, so und das ist das jetzt. Ist natürlich aber auch für die Bären, also wer jetzt vielleicht weiter zuhört, was jetzt gleich kommt, und er hat jetzt bei, ich sag mal jetzt 19.100, so wie wir das jetzt am Freitag gesagt haben, einen Short abgebrochen und für diejenigen jetzt ganz besonders der Hinweis, das ist nicht verkehrt gewesen, ja, also es ist rein von der Vorgehensweise, von der Technik durchaus das richtige Vorgehen in einem Aufwärtstrend, wenn ein Rücklauf nach unten abfedert und beginnt aufzudrehen, dann ist der Markt von der Wahrscheinlichkeit nach oben gerichtet. Jetzt gibt es aber den Moment, dass wir gesagt haben, wie gestern, wir sollen auf Bullen und Bären fallen achten. Und die beste Möglichkeit für einen Abwärtstrend, sich irgendwoher Momentum zu holen, ist immer Bullensignale umzukehren. Das funktioniert an einem Top gut, wenn ein bullisches Trendfortsetzungsmuster wie eine Flacke plötzlich in die andere Richtung umklappert, oder das klappt besonders gut, wenn sowas hier nach unten wegdreht. Und deswegen jetzt hier der Hinweis, wenn der jetzt am Montag wieder die gleiche Soße macht wie letzte Woche, dass der uns nur kurz nach dem Xetra-Start, so nach oben fluppt, denkt dran, das haben wir letzte Woche ganz genau so gesagt, wenn er nur nach dem Xetra-Start nach oben fluppt und dann umdreht und neue Tagestiefs macht, könnte man sich theoretisch den am Freitag verkauften Short wieder reinnehmen, weil er dann das Risiko kriegt, wieder komplett den Freitag nach unten abzuwickeln. Vorausgesetzt, er generiert anschließend keine neuen Tageshochs. Das wäre dann quasi so eine Abruppbedingung oder eine Stop-Loss-Marke. Das heißt, wenn wir kurz nach oben schubsen, lasst den vielleicht noch eine 2.50 anstechen, kurz nach 9 Uhr, und er dreht sich dann auf neue Tagestiefs. Dann wäre das wirklich eher eine Short-Vorlage mit Abruppbedingungen über dem Tageshoch, weil liefert er uns dann neue Tageshochs, sticht früh, gleich nach dem Xetra-Start, dann noch in die 2.50, rudert dann ein bisschen zurück und generiert dann neue Tageshochs. Dann wäre das Risiko eher auf der Oberseite zu suchen, oder nicht zu suchen. Dann hätte er die Chance, auf der Oberseite durchzuziehen. Und zwar als nächstes bis in die 3.80, 3.90 rein, 400, und dann reden wir schon wieder über das alte Allzeithoch. Dann reden wir schon wieder über 4.80, 500 und auch 600, dann reden wir über 7.30, 7.60. Das geht dann alles los. Das heißt, wenn der uns hochsticht und er macht dann nach 10, egal, um 11, um 12, neue Tageshochs wieder rein, wäre das eher positiv zu werten und wird ihm weiteren Antrieb Richtung 400er hochgeben und mehr, 500 auch. 400, 500, 600 sind es so eine Station, die man auf der Oberseite wieder anziehen kann. Deswegen habe ich euch hier den Tageschart als erstes erstmal mitgebracht. Damit ihr das auch seht, das ist ein potenzielles Umkehrsignal. Das kann man gar nicht anders formulieren. Also ihr seht es auch, man kann das auch mit dem Trendlinienbruch hier als Pullback werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich hier was ziehen kann, über FIBO oder was auch immer. Punkt. Das Einzige, was mir nicht so ganz passt, ist, dass er das Gap offen gelassen hat, aber es ist manchmal immer gut, mehr Antrieb zu finden. So ein Gap mal offen stehen zu lassen, ist eigentlich für ihn nicht so wie bei den Amerikanern, dass man da wirklich stützlich werden sollte, weil die ja so zuverlässig die Gap zu machen. Beim DAX ist es nicht so, dass er unbedingt so ein Gap zu machen kann. Er lässt sich auch mal gerne offen stehen, um sich mehr Antrieb zu kriegen. Weil die viele jetzt zum Beispiel hier oben, jetzt sag mal, sie sind letzte Woche Montag Short gegangen, weil er eben auch bloß kurz diese Xetra-Spritze nach oben gemacht hat und dann die neuen Tagestiefs generiert hat und die haben auf das Gap gezielt. Dann sind die jetzt im Zweifel sogar noch drin, weil sie vielleicht verpasst haben, bei der 19100 nur auszusteigen. Und wenn die jetzt noch drin sitzen, dann fangen die jetzt an zu schwimmen, zu eiern. Die wären das richtig stinkig, weil die gut im Short vorne waren, jetzt kommt die ganze Karre zurück. Und dann bringen die natürlich Volumen jetzt in den Markt und das findet er geil. Das ist insbesondere, wenn so Gaps noch nicht abgeräumt sind, sind meistens die Shorten noch nicht raus, da sind viele, die long wollten, noch nicht drin und dann baut sich so ein Druck auf. Und den kann er jetzt ausspielen, weil er ganz genau weiß, wenn er noch eine so lange grüne Tageskerze reinstellt, dann müssen die, die Short drin sitzen noch, die müssen raus und die, die long sind, müssen auch irgendwie nachher springen, weil sie ja Angst haben, was zu verpassen. Und schwupp, die Wupp hat da wieder die Leute vor sich hingeschoben und emotional ins Handeln reingetriggert. Und darum geht es an der Börse. Darum stellt sich die Börse so, wie sie sich stellt. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit geht hier tatsächlich eher nach oben. Das Einzige, was mir einfällt, wie er das sich umdrehen könnte, wäre eben dieses, genauso wie er es letzten Montag gemacht hat. Dieses Short, so hochstechen nach dem Cetra-Start, dann in die neuen Tagestiefs und dann noch keine neuen Tagestiefs mehr. Ja, schön nach unten stur halten und dann kriegt er am Montag das Ding sogar komplett zurückverwandelt. Er muss es nicht komplett machen. Er würde das am Dienstag dann nachgeliefert kriegen, wenn er jetzt bloß den halben Freitag rausnimmt. Wäre gar nicht schlimm, aber er wird es bestimmt machen. Ja, weil dann geht es auch schon wieder darum, die longen Leute ein bisschen unter Druck zu setzen. Ja, also das ist eine schöne Stelle, auch um sich vielleicht eine Trendumkehr auch zu bestätigen. Aber das dürfte man tatsächlich so nicht antraten, außer man versucht es vielleicht irgendwo mit eng überschaubarem Risiko, wie mit diesem kleinen Trick hier über den Cetra-Start. Ja, aber so an sich hier tatsächlich Wahrscheinlichkeit. Weil, wenn man mich jetzt auf irgendwelche Prozente zusammenflicken würde, müsste ich anhand des Bildes alleine sagen, 70, 30, dass es nach oben oder unten geht. Ja, also 70 Prozent eher nach oben hier, rein vom Bild her. So, das heißt, der Tag wird sich wahrscheinlich entscheiden zwischen 9 und 10 Uhr. Das kann man demzufolge nach auch erstmal abwarten und sich dann festlegen und seine Position suchen. Und wie gesagt, sehen wir dann nach neuen Tageshochs und er klappert da hoch. Wird durch Longen versuchen, ja, rein 400, 500, 600. Oder wenn er eben das wirklich wie letzte Woche macht, dann eher auf der Short-Seite. Aber guckt auch letzte Woche, wie die Kerze war. Es war eher C. Nee, das war jetzt nicht unbedingt, dass das übelst geil war, was da am Montag passiert ist. Das war kein spannender Tag. Und so wird das hier auch gut reinpassen. Mehr kann ich euch nicht mitgeben. Wir können noch in zwei Stunden Start reingucken, ob sich da irgendwas anderes verschließt. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, wir könnten hier von unten noch die 300 so ein bisschen identifizieren. Aber haben wir ja so und so schon. 300, 400, nee, was haben wir gesagt? 400, 500, 600. Also 310 wäre auch noch ein Widerstand von unten. Könnte schön zu der Xita-Spritze schaffen. Vielleicht schafft er das. Ja, dass er kurz nach 9 Uhr da an die 310 rein stößt, könnte er hinkriegen. Und dann nochmal nach unten Feuer und zurückzucken. Wird hier ganz gut reinpassen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Rückläufe. Rückläufe grundsätzlich. Alles unter 19,100 würde ich weiterhin negativ werden. Bleibt wieder da drüber, hat er jetzt erstmal die Chance, sich an eine Umkehr reinzustellen. So, jetzt kann ich noch wirklich nicht rausziehen. Also, ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, gutes Gelegen. Bis morgen. Tschüss.